hallo leute ich bin josef und willkommen zu meinem vorstellungsvideo ich will in nächster zeit auf youtube aktiv sein und ich hoffe ihr abonniert mich und bleibt schon mal dieses video auf jeden fall ich will ja mein vorstellungs also ich bin josef und ich bin 17 jahre alt und ich will jetzt youtube machen also es kommen auf diese auf diesen kanal real talk videos und dieses video soll nur ein kurzes vorstellungsvideo sein von mir also ja meine hobbys sind fußball ein bisschen rappen aber rappen nicht mehr so und ja auf jeden fall ich hoffe wir sehen uns im nächsten video und euch hat das kleine vorstellungsvideo gefallen weil ich weiß nicht wozu ich das noch sagen kann wo ich herkomme weil ich komme aus nrw ja und ich hoffe wir werden eine große community ach ja ich mache noch ein real talk jetzt kommt noch dazu ich mache noch real talk und zwar warum möchte ich youtube machen weil weil ich halt viele menschen erreichen will ich will halt eine community haben ich will halt mein eigenes team haben dass ich auch selbst supporte oder reposte wenn die so fan edits von mir machen oder so das möchte ich alles erreichen bitte helft mir ich wäre unglaublich ich wäre unglaublich glücklich wenn ihr mir diesen gefallen tut indem ihr mich alle abonniert dieses video an whatsapp an eure freunden teilt und ja und alles halt macht zum beispiel abonnieren habe ich schon die ganze zeit gesagt abonniert leute abonniert bitte abonniert bitte ich brauche jeden einzelnen supporter gehen ein der der mich nicht mag der der hater ist den werde ich blockieren falls nicht werde ich den ignorieren